So Leute, willkommen zurück zur URAS Arena Leiterburg. Oh yeah, im letzten Part haben wir den Auftakt von Casclasia gesehen. Razor war mit am Start und ist wieder mit am Start. Hallo. Wunderbar. Ja, der gute Casclasia unterlag das letzte Mal ganz knapp der Feuer Arena. Möchte dich heute an Stahl-Arena-Leiterin Minerva probieren. Und wir sehen auch ein paar kleine Änderungen in seinem Team. Wir haben eigentlich, ja, eine. Simona gegen Militalis halt. Exakt. Möchtest du noch irgendwelche Worte verlieren zum Team? Also im Großen und Ganzen nicht. Knackack und Vulcanion hier wieder sehr, sehr stark. Und Demeteros, haben wir ja gesehen, trägt den Warschal. Von daher wird es wahrscheinlich in 90% der Fällen sein Lead sein. Ist eigentlich allgemein so. Und von daher, ja, ist auf jeden Fall ein solches Team. Liegt er auch hier wieder mit. Man muss natürlich aufpassen, hat Vulcanion dabei. Was ich natürlich ab... Ich kann die Feuerattacken natürlich abfahren mit T-Turn. Allerdings... Die Wasserattacken nicht. Genau, das wollte ich gerade sagen. Richtig. Wie der gute Steve immer sagt, äh, das Pokémon wohl... Also als ihr euch das erste Mal Vulcanion angesehen habt, sagt er, dieses Pokémon schreit förmlich, ich hasse Hedrin. Weil es T-Turn einfach vernichtet. Und deswegen hier eine sehr, sehr gute Wahl als Feuer-Pokémon. Ein Feuer-Pokémon, was auch Hedrin besiegen könnte. Sehr gut, Snebunna. Ja, ist natürlich erstmal fragwürdig, wenn man denkt, dass es durch Stahlattacken zerstört wird. Allerdings ist es ja nicht das Einzige, weil es hat Fußgirchen, es hat Unlichtattacken natürlich für Meta-Ross und so weiter. Keine schlechte Wahl. Wir schauen mal in den Kampf, was er damit so angestellt hat. Und los geht's. Wie du schon gesagt hast, der Lied hat man ja eben auch gerade gesehen. Aber was mach ich wohl? Was mach ich da wohl? Oh, okay. Sehr, sehr gut. Ja, ich hol mal den Magnetflug raus, weil ich dachte mir so, okay, komm, er wird da wahrscheinlich jetzt sein Erdbeben machen. Und da kommt es auch da, ich weiß, dass das Skarft ist, kann ich mir jetzt hier den Switch-Vorteil ergattern. Und ich war mir ziemlich sicher, er hat eigentlich nur eine Wahl, auf das er wirklich wechseln kann. Und das ist sein Vulcanion, deswegen hab ich das gleich mal richtig predicted und mein Hedrin reingeschickt. Jetzt denkt man sich natürlich, warte mal, aber du hast gesagt, Hedrin wird von Vulcanion zerstört. Ja, das stimmt, aber ich hab keine Wahl. Das stimmt. Immerhin kommen hier die Erdkräfte, die sollten auf jeden Fall guten Damage machen, nicht besiegen. Darf ich mal, okay, ja. Ja, das war quasi der Tausch, den ich nehmen musste, weil die anderen Lokomonen konnten nichts machen gegen Vulcanion. Und ich muss es anknacksen, dass auf jeden Fall ein Attack, das besiegt, deswegen das Beste, was ich tun konnte an dieser Stelle, um das Vulcanion rauszunehmen. Das stimmt, hier kommt Metagross, auch die einzige Wahl, glaube ich, die du das haben könnt. Da wechselt er auch direkt wieder raus, wahrscheinlich wieder in sein defensives, ähm, er geht sogar in sein Demeteros. Da aktiviert sich der Neutral-Torso, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die Ausgangsposition für dich, würde ich sogar beinahe sagen. Kommt drauf an, was du eingesetzt hast. Was auf jeden Fall sehr gut ist, ist halt einfach, dass das Vulcanion schon fast weg ist. So, ich bin jetzt in den Setkopfschluss gegangen, wollte safe gehen, falls der da auch drin bleibt, um das Vulcanion rauszunehmen. Das macht auch verdammt guten Schaden. Das stimmt. Dank des Neutral-Torsors hat der Bedroger nämlich keine Wirkung gehabt, wie wir wissen. Ja. So, ein Erdbeben tanke ich aber wahrscheinlich trotzdem nicht von dem Demeteros. Oh, wie viel macht das auf dem Demeteros? Ja, doch, das, ja, kann das gut einstecken. Aber es hat auch schon gar nicht mal so wenig Schaden gemacht. Weil man denkt, also, Meta-Boss wäre da wahrscheinlich echt weg gewesen. Das stimmt. So, da kommt Heechun, dann gehen deine Egelsamen leider daneben. Okay. Die ich gerne gehabt hätte, weil ich dann noch mit dem Schutzschild den Knackhacken ein bisschen Energie abgesaugen hätte können. Aber hier kannst du auf jeden Fall gut den Feuersturm scouten, aber der bringt dir relativ wenig, dadurch, dass der Heechun weg ist. Ja, was die Sache ist, ich kann da wieder nicht sicher rausgehen. Klefki tankt zwar ein Feuersturm ziemlich gut, aber ich wollte da trotzdem einfach so reinwechseln. Und jetzt kommt der Rose Clue, er macht tatsächlich Erdbeben. Das war wieder 50-50. Ich bin ja extra nämlich nicht auf Magnetflug gegangen, weil ich mir dachte, er kann sich eigentlich nicht riskieren, jetzt hier auf Erdbeben zu gehen, weil er den Magnetflug gesehen hat. Ja, da hat er mich aber schön rangekriegt, hat das nämlich genau deswegen extra gemacht, weil ich genau das gedacht habe offensichtlich. Okay. War auf jeden Fall ein schöner Zug seinerseits. Da kommt der Sterni. Da kommt der Sterni raus, aber... Reicht nicht ganz aus. Was heißt nicht ganz, mal ein bisschen mehr als 50%. Hier sehen wir wieder Rauhaut und Bollenhelm und da kommt ein Feuersturm. Oh krass. Ihr habt den Feuersturm, den wir eben wieder gesehen haben. Und der greift Meteoros an, aber das killt ihn nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, warum er da kein Erdbeben gemacht hat. Vielleicht dachte er aus irgendwelchen Gründen, Meteoros hat es Schwebe. Was nicht der Fall ist übrigens, Leute. Aber es fliegt. Ja, es fliegt, genau. Und er wollte mich einfach demütigen, dass ich was Rauhaut scherbe. Ja, jedenfalls, die Stahl-Arena verliert damit und Kasklasia erhält seinen ersten Orden. Also die Arena-Leiter der Stahl-Pokémon haben es bisher sehr schwer hier in der Liga. Schauen wir mal. Damit hat er sich natürlich das Recht erkämpft, einen weiteren Kampf auszutragen und den sehen wir gleich. Oder möchtest du noch irgendwas zu diesem Kampf sagen? Nö, war auf jeden Fall ein cooler Kampf. Hat er gut umspielt. Vor allem mit dem Erdbeben gegen Klavion auf jeden Fall. Freue ich mich auch auf den nächsten Kampf. Sehr gut. Bis gleich. Und da sind wir wieder im dritten Kampf Kasklasias. Er möchte sich an der Normal-Arena-Leiterin Annie versuchen. Was ich für sehr mutig halte, denn für mich persönlich ist die Normal-Arena einer der stärksten der Senior-Liga. Das stimmt, ja. Kann ich auf jeden Fall so unterstreichen. Denn man kann so sagen, okay, es gibt kein Pokémon mit einer Normalschwäche oder so. Aber es gibt auch nicht unbedingt die besten Switchlands in den Normal-Attacken. Und wir sehen auch hier gleich zwei neue Pokémon, die er dabei hat. Nämlich Pixie und Skarabon. Was fällt dir denn auf bei seinem Team? Er fängt wieder mit Demeteros an, was ich mir denken kann. Allerdings muss man sagen, dass du gerade mit Polygon 2 oder halt mit deinem Ditto oder sonstigem Pokémon hast, die dagegen auf jeden Fall ankommen. Ansonsten Skarabon, auch eine schöne Wahl seinerseits. Und Pixie kann man eigentlich auch immer mitnehmen. Und wieder Volkanion ist halt kein schlechtes Pokémon. Von daher ein interessantes Team. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich da die Normal-Arena schlagen wird. Am meisten Angst hatte ich persönlich tatsächlich vor dem Skarabon. Weil das ist ein... Das Gute ist, ich konnte mir sicher sein, dass es den Skarv nicht hat, weil der liegt ja schon auf Demeteros. Richtig. Was das Ganze schon mal wesentlich ungefährlicher macht. Aber trotzdem deswegen... Wichtiges Pokémon hier an meiner Stelle ist Staraptor. Natürlich, logischerweise. Allein für das Skarabon, um da einen guten Check gegen zu haben. Schauen wir mal, was der gute Casclasia mit der Normal-Arena so angestellt hat. Jawohl. So, die Demeteros haben wir ja schon gesehen. Ich weiß, dass es den Skarv trägt. Ich weiß, dass es eine Steinkante hat. Ich werde natürlich wüten, da jetzt drin zu bleiben. Das stimmt, ja. Und gehe deswegen erstmal auf mein Ditto, um ihn zu bedrohen und gleichzeitig seine Form anzunehmen. Ich habe ja noch den Schal drauf. Allerdings hat er das scheinbar schon geahnt. Also er ist sogar der Bedroherr jetzt hier. Denn er setzt den Abschlag ein, wodurch natürlich den Wahlschlaf verlieren und Ditto erstmal ganz, 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 ganz viel Nützlichkeit einbüßt. Das ist auf jeden Fall, ja. Du kannst hier aber auf jeden Fall eine freie Attacke rausbekommen. Im besten Fall ein Erdbeben. Bist du für Erdbeben gegangen? Jetzt bin ich gespannt. Okay, Steinkante. Ja. Da kommt erstmal, kommt das Pixie. So, und jetzt mal, Pixie war so eine Sache. Pixie ist widerlich, da müssen wir nicht drüber reden. Das wissen alle. Dieses Pixie wollte ich möglichst schnell weggekommen, genau wie das Skaraborn. Deswegen gehe ich jetzt zurück auf meinen Staraptor, weil ich mir dachte, er geht doch bestimmt für Core Mind jetzt. Und er tut es auch. Oh ja. Aber, äh, Staraptor, muss man sagen, kann auch Pixie sehr viel Damage machen. Skaraborn, keine Frage, hat eine vierfache Flugschwäche. Aber auch Pixie bekommt sehr, sehr, sehr viel Schaden von einem achtlos Staraptor. Und genau deswegen gehe ich jetzt hier auch auf den Sturzflug, der übrigens Minimum Damage ist 97% gewesen. Oh. Möchte ich mal anmerken an dieser Stelle. Das heißt also, eine sehr gute Schock. Und, ich glaube es nicht, der Roll des Todes überlebt das auch noch. So, Leute, er hat es mir gesagt, es war wieder der obligatorische Schritt tatsächlich ein einziger KP, der verblieb. Oh Mann, und da geht ein wichtiges Pokémon weg. Da habe ich mich so geärgert. Das glaube ich, ja. Staraptor war, wie gesagt, die beste Antwort gegen das Skaraborn. Ja, so viel dazu, Pustekuchen. Ich dachte schon, weißt du, komm, 97% Minimum Damage, was zur Hölle. Naja, jedenfalls, das Gute ist, dass Pixie ist damit trotzdem fast nutzlos, weil es ist langsamer als Schlappohr. Richtig. Ich gebe ihm da sicherlich nicht die Chance, wenn man sich zu booste. Ich gehe auf mein Eissieb vorsichtig, aber falls er doch gewechselt wäre auf sein Demeteros, wenn der Eissieb sowieso ausreicht. Ja. Ja, danke für den Crit, wäre er sehr nötig. Hätten wir den mal eben gehabt. Richtig, richtig. So, da kommt Demeteros zurück. Was natürlich prompt erstmal bedroht. Und da ist es auch Dreck raus. Das verständlich wahrscheinlich in, ähm, ah, in Porygon 2, okay. Oh, da kommt die Kehrtwende. Ich glaube, mittlerweile kennen wir auch alle Moves von Demeteros. Erdbeben, Kehrtwende, Abschlag und Steinkante. Genau. So, und da geht er raus. Und holt sein Vulcanion rein. Muss ich doch sagen, hab mich ein bisschen überrascht tatsächlich. Ja. Weil wir wissen, er hat noch einen Scaraborn. Es war ein Porygon, aber das tut dem Porygon auch sehr weh. Das sind die Erdkräfte, die allerdings auch sehr weh. Okay. Ich wollte gerade sagen. Ähm, ja, wie gesagt, Scaraborn hätte ich hier mehr. Also, hätte ich auch gedacht, er geht auf Scaraborn, weil Urcanion kann, egal ob mit Erdkräfte oder mit Dampfschwall, hätte er auf keinen Fall ausgereicht. Und ich glaube, du kannst dich auch selbst gegen den Dampfschwall dagegen heilen. Von daher. Ja, ich kann mich auf jeden Fall gut gegenrecovern, gut gegenheilen. Und genau das werde ich auch tun, weil das ist das Beste, was ich hier machen kann an der Stelle. Ich habe das noch mit Donnerwelle, habe ich wohl gerade ein bisschen eingedämpft. Ich meine, das ist sowieso eingedämpft. Dampf. Oh, das war nicht mehr absolut. Naja, das ist ja sowieso relativ langsam, aber trotzdem. So, gehe ich für einen Donnerblitz und er wechselt auf sein Demeteros. War aber okay, weil ich dachte mir, so gut Demeteros wird so viel schon nicht machen können. Ich denke mal, er hat ja gedacht, ich würde wechseln. Auf Ditto, ja, wahrscheinlich. Um sich wieder seine Switch-Advantage, also den Wechselvorteil ranzuschaffen. Und da kommt jetzt Poregon 2. Äh, Scaraborn meine ich ja. Aber du gehst auf die Genesung. Die Sache ist die, wir kennen das Item von Scaraborn nicht. Es könnte sogar ein Walban tragen. Man sieht sehr, sehr häufig ein Walban-Scaraborn. Ich glaube, Walban-Scaraborn würde auch Poregon 2, wenn es komplett voll ist, komplett zerstören. Tut auf jeden Fall hart weh. So, ich gehe jetzt mal raus hier wieder. So, und jetzt sehen wir auch schon, es ist ein Mega-Scaraborn. Oh, okay. Der Nachteil ist natürlich, also mein erster Moment war, der Nachteil ist jetzt, dass ich natürlich das normale Scaraborn kopiert habe, statt das Mega-Scaraborn. Allerdings, so schlecht ist es gar nicht, weil das normale Scaraborn schneller ist. Das ist schneller, richtig. Das macht sehr gut in der Medi. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, dass er Mega-Meditalis und Mega-Scaraborn mit hat. Das sind zwei sehr starke Megas, die aber, die man aber, muss man sagen, trotzdem sehr, sehr selten sieht. Von daher auf jeden Fall Style-Points. So, ich gehe hier aber trotzdem auf eine Attacke, die ich gerade in seinem Moveset erst spät habe, nämlich auf die Offenlegung. Ich dachte mir nämlich, dass er Offenlegung einsetzt, um mich zu besiegen. Okay. Deswegen habe ich die Offenlegung gemacht. Das wäre vielleicht besser doch gewesen, wenn ich einen stärkeren Angriff eingesetzt hätte. Also jetzt geht auf jeden Fall erst mal das Ditto down. Aber interessant, auf jeden Fall mit Ditto ein paar Movesets des Gegners sich schon mal anzuschauen. Allein deswegen ist es schon gefährlich, die Normal-Aten am Anfang zu nehmen. Das stimmt, auf jeden Fall. Nach Porygon 2 ist es einfach auf. Das ist herrlich. Porygon frisst einfach alles aus meinem Gegensatz. Ich mache zwar auch selber nicht so viel Schaden, das ist aber in Ordnung. Weil wir sehen ja eher, also sobald ihr nicht die Chance habt, es mit zwei Schrägen kaputt zu kriegen, kann sich Porygon halt immer wieder gegenstallen. Richtig, richtig. Psychokinesis ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger, ähm, sehr wichtiger Tacke. Wir wissen ja auf jeden Fall, er hat einen Mega-Scarborn. Sprich, er ist langsamer als Porygon. Oder ist er langsamer als Porygon? Ich weiß gar nicht, wie schnell von uns was. Nee, leider nicht tatsächlich. Er ist schneller als Porygon, ja. Uh, okay. Ich dachte immer, Mega-Scarborn wäre richtig langsam. Also es ist wahrscheinlich richtig langsam, aber Porygon 2 natürlich auch. Ja, wir haben gerade gesehen, hat ihn kaum noch mal die Elektro-Tacke, weil ich dachte, er geht jetzt wahrscheinlich wieder raus, weil er sieht, das hat keinen Sinn hier. Aber er ist tatsächlich richtig dreist. Manchmal muss man doch einfach dreist sein, der bleibt einfach drin. Ja. Hoffe vielleicht auf einen Crit, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich denke mir so gut, das Spielchen kann ich mitspielen. Ja, ja, klar. Und ob dieser Range wäre auch ein Crit egal, glaube ich. Oder gehört auch. Ja, dieser Range wäre ein Crit, würde da Porygon nicht killen, auf jeden Fall. Und jetzt bin ich auch schon wieder voll hier. Wir sehen es also. Ein lustiges Hin und Her, Geerdbeben und Genesung. Okay, jetzt scheitere sich. Jetzt hat er aber keinen Bock mehr, jetzt geht er hier auch raus. In Vulcanion. Und für was bist du gegangen? Für eine Genesung oder Psychokinese? Okay, perfekt. Dann kommt er wieder in Angriff, kriegt also das Vulcanian auch wieder ein bisschen Schaden. Gar nicht mal so schlecht sogar, der kann hier auch in Donnerblitz gehen. Ja, Porygon 2 steht hier. Und erledigt seinen Job. Oh, und da geht der Damschall sogar daneben. Da geht der Damschall sogar daneben, sehr schön. Und die Psychokinese kann jetzt das Vulcanion auch rausnehmen. Aber bei Vulcanion ist das gleiche Spiel. Ich hätte mich einfach wieder gegenheilen können. Ja, ja, klar. Wir haben ja gesehen, die Erdkräfte mit dem Crit haben nicht genug Damage gemacht, sodass der Damschall ausreichen würde. Und letztendlich interessant. Da kommt ein Nahkampf von einem Mega-Scarabon und der tankt das einfach. Nicht schlecht. Porygon tankt diesen Nahkampf einfach, so Psychokinese. Funfact, das ist wieder eine Roll. Zu einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass dieses Scarabon besiegt wird, aber nö. Da tankt das Scarabon noch und kann Felsos machen. Sehr übertrieben riskant von ihm jetzt, wenn das daneben gegangen wäre. Richtig, richtig. Dann wäre es das gewesen mit Scarabon. Wahrscheinlich wollte er einfach nicht den Death Drop nochmal kriegen, aber ganz im Ernst. Das war kein Unterschied. Bei den 3 KP, die das Scarabon noch hat, da kann Schlappohr. Pusten und das Scarabon fällt um und da ist Scarabon. So, und jetzt ist es interessant. Jetzt kommt es darauf an. Ich weiß, ein Erdbeben kann Megaschlapper One-Hitten. Ich glaube, das ist so eine 30-40%ige Chance irgendwie. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob du vielleicht auch Glück hast. So, und jetzt kommt es. Jetzt kommt Off-the-Rollern schon wieder so ein knappes Match. Und das war ziemlich wenig, also was heißt ziemlich wenig, das war ein guter Schaden für meine Seite. Im Sinne von, es hat nicht ausgereicht. Und deswegen konnte ich mit einem Eishieb das Demeteros besiegen und damit verliert Kasklasia und ist leider ausgeschieden. Aber, meine Güte, dieser Kampf hat mir einiges an Nerven abverlangt. Das kann ich mir vorstellen, ja. War auch immer ein schöner Kampf. Die Sache ist, ich wusste, dass Porygon den Nahkampf tanken kann vom Scarabon. Aber auch nur, wenn ich wirklich bei nahezu 100% bin. Deswegen war es mir super wichtig, dass ich da mich immer wieder gegen geheilt habe, um entsprechend genau diesen Nahkampf tanken zu können und damit der Psychokinete zurückzuschlagen. Die haben zwar leider nicht gereicht, aber ist egal, weil dann hatte ich ja noch Schlappohr. Ja, klar. Und konnte das dann noch zu Ende bringen. Meine Güte, Leute, meine Nerven liegen blank. Wisst ihr, da muss ich mal kurz hier einwerfen. Ich vergesse immer wieder, wie körperlich anstrengend Pokémon-Kämpfe sind. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wäre er mit der Offenlegung gegen den Mogelheap nicht sogar schneller gewesen? Weil Offenlegung hat doch eine noch erhöhte Priorität. Ich glaube, Mogelheap hat eine Priorität von plus 1. Oder ist es auch plus 2? Nee, ich glaube, hat Mogelheap nicht sogar plus 5? Oh, das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, dass Offenlegung nur den Schutzschild und so durchgeht. Wobei ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bin mir nämlich unsicher, weil mit dem Damage hätte vielleicht dann der Erdbeam gereicht. Ich weiß aber auch nicht genau, ich kann jetzt natürlich auch totalen Blödsinn labern. Aber war trotzdem im Großen und Ganzen ein schöner Kampf. Schade, dass du Storaptor früh verloren hast, denn Storaptor wäre sehr, sehr wichtig gewesen. Aber im Endeffekt, man darf die Normal-Arena einfach nicht unterschätzen. Normal-Pokémon, Leute. Ich predige es immer wieder, Normal-Pokémon sehr gefährlich. Eine Sache, die ich noch kurz sagen möchte, Leute. Ihr habt ja gesehen, es war jetzt hier ein bisschen hin und her Recovern drin in dem Kampf. Möchtet ihr, dass ich sowas in Zukunft vorspule? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn nicht, dann bleibt alles so, wie es hier ist. Oder wenn es große Ausmaße annimmt, nur wenn es so einen Kampf in eine halbe Stunde gehen würde oder so. Keine Ahnung. Schreibt mal eure Meinung, Leute. Wir sehen uns bei der nächsten Folge übermorgen wieder mit einem neuen Herausforderer. Danke, dass du dabei warst. Kein Problem. Hat mich gefreut. Bis dann. Tschüss. 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 Musik 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 Musik